Hi alle zusammen, die nächste Tanki ist fertig. Und damit man mal sieht, dass das wirklich immer eine ganz individuelle Geschichte ist, seht ihr hier mal die Vorplanung, die wir gemacht hatten. Vielen lieben Dank an René für den Auftrag, um alles ganz genau beschrieben zu haben. So sieht die Planung aus und dann könnt ihr euch mal angucken, was dann bei der Tanki draus geworden ist. Zack, zack, zack. Die Seite Nummer 1, schön mit dem goldenen Rand, Smiley, alles so umgesetzt, wie es haben wollte. Ein paar Vögelchen rein, mit besonderer Zahlenanzahl. Und die andere Seite, auch eine ganz individuelle Geschichte. Und dann gibt es da auch jetzt wieder noch mal eine kleine Klangprobe zu. Diese Seite ist auf D. Akebono gestimmt. und dann ist es dann noch mal eine kleine Klangprobe zu. Damit ich jetzt noch mal eine kleine Klangprobe zu nutzen, noch mal eine kleine Klangprobe zu nutzen. Und dann kann ich eben noch mal eine schöne Klangprobe zu nutzen. Die andere Seite ist in der Stimmung Natural Minoar auch auf den Grundton D gestimmt. Wie lange die Hand anhält, ist schön. Musik 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 Ja, bei Interesse www.stephans-tankies.de oder an die E-Mail-Adresse yes-wie-du-at-google-mail.com steht unten drunter. Ja, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ihr könnt gerne helfen beim Teilen und Verbreiten. Würde ich mich sehr freuen. Also wer eine individuell gestaltete Tanki haben möchte, zu einem Preis, den man noch bezahlen kann, sei er bei mir richtig. Bye. Musik 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 Vielen Dank.